Liebe Besucher, herzlich willkommen bei Schuhplus Schuhe in Übergrößen. Wir starten in die neue Woche und natürlich gibt es am heutigen Montag auch wieder einen angesagten Herrenhalbschuh des Tages zu entdecken. Und dieses Modell haben wir für Sie herausgesucht. Soweit also der Halbschuh des Tages bei Schuhplus Schuhe in Übergrößen. Dieses und tausende weitere Modelle an großen Damen- sowie Herrenschuhen finden Sie natürlich im Webshop auf schuhplus.com. Ebenfalls auch in unserem klassischen Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen in Dörrferden bei Bremen. Dort finden Sie die gesamte Übergrößenvielfalt auf über 900 Quadratmetern zum An- und Ausprobieren. Ein Einkaufserlebnis für alle, die große Schuhe benötigen. Ihnen eine gute Woche und natürlich viel Spaß beim Entdecken unseres Sortiments.